Oh, guck mal, schon wieder die Farm. Ich will die neue Map haben. Unsere kleine Farm. Uh. Uh, ich bin der Fehlking. Ja, und ich hab natürlich den Fluch abbekommen. Ah, da ist... Afkala... Okay, bewegt sich doch. Hallo, Michael. Reporter. Reporter. F... 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 So ein neuer Rapper, der heißt doch... Egal. Fuh. Fuh. Das ist das Chinese. Wow. Das ist mir grad nicht besser. Kennst du Hong Kong Fui? Nein. Ich kenn doch Shopsui. Das war so ein Karate-Hund, ein Cartoon. Hong Kong Fui. Ach, Michael war bei Miyako. Ja, wer ist das? Wer jagt mich? Ich kenn die nicht, glaub ich. Er hat das Spenst. Ah. Die Alte mit dem Katana. Du machst nicht besser. Geil, ich hab gerade... Wow, wow, wow. Bleib weg von der Fehlking, da bin ich mein Freund. Ah, da bin ich grad weggegangen. Was macht das Totem? Ich bin anscheinend weggekommen. Wie auch immer. Ja, super, sie ist bei mir, Michael. Ja, find ich gut. Ah, cool. Heil mich. Behalt mich da von euch. Ich nicht. Ich auch nicht. Dann ist das andere. Afterlife. Sehr gut. Ähm, ich geh jetzt definitiv nicht zurück zu diesem Generator. Oh, Mann. Warum hab ich ausgerechnet blau gewählt auf der Map? Hätte ich nicht einfach grün wählen können? Hättest du? Ich hab ja gedacht, das kommt Macmillan, deswegen hab ich blau gewählt tatsächlich. Ich hab das gleiche Problem, ich hatte ja auch voll grün an. Hm. Ich hab ja Tor schon gefunden. Aber sie ist auch hier. Aber sie ist auch hier. Sie hat mich wieder. Okay. Beim Bespenst kann es auch sein, dass sie ihren Default-Skill drin hat, ne? Sag mal nix. Ich bin unterwegs. Ich kenn die Begriffe nicht. Ähm, die hat nen Totem. Also, ähm, ein Skill und Perk. Ähm, wenn du... Da kommen zwei verhexte Totems ins Spiel. Ähm, diese verhexten Totems, äh, ja, ja. Machen den Anschein... Sie kommen in eure Richtung, kommt sie glaube ich gerade. Ja, ja. Wow! Diese Totems machen den Anschein, ähm, dass es irgendwelche, ähm, Generator-Scheiße ist. Also, aber wenn du die machst, dann bist du für eine Minute lang... ...gewone-hitted. Äh, wie kenn ich die denn? Gar nicht. Das sind ganz normale verfluchte Totems. Wow! Ja, ganz normale Hex-Totems. Du denkst dir auch, cool, ich kann den Generator jetzt irgendwie verbessern oder sonst was. Äh, beziehungsweise den Fluch aufheben und dann ist es einfach so, du bist selber verflucht. Und bist dann gewone-hitted. Das ist hart. Ja, aber die hat ein schönes Outfit an. Lol. Ja, die hatten ein sehr schönes Outfit. Ja. Warum war die seit hinter mir? Ja, ich weiß nicht. Wall-Hack. Lolololololol. Waren die am Facewalk. Ich bin jetzt unten im Keller, das war's glaube ich. Naaah. Ich bin an der roten Hörte. Ja. Komm nicht vorher noch abfarmen. Dass wir die Leertaste drücken, das ist wieder so, äh. Naja. Wieso schließt du eigentlich den Controller an? Ich spiel das immer mit der Tastatur. Bin ich dann gewöhnt. Ich kann mich schon an eine Anfangszeit erinnern am PC. Oh, die Taste wurde nicht genommen. Ne, ist auch so. Es kann mir ja passieren. Oh. Oh fuck. Die kommt auf mich zu und ich verletze mich beim Heilen, ne? Ja. Ich bin dann mit der Leertaste. Oh, wie ist das? Oh Gott, was? Dankeschön. Als wenn der Arm von der vier Meter lang wäre, ey. Ja, ja. Ich hab schon wieder ducken und laufen verwechselt. Leider hat er keinen Sunny-Cast, sonst würde ich dir den geben. Ja, ich verstecke mich irgendwo in der Ecke. Beine. Ich möchte mich vermelden, ich hab grad das Karpador von heute Morgen, was ich angeklickt hab, gefangen. Ist immer sofort bei mir. Ich jagt mich grad wieder. Oh, geil. Vielen lieben Dank. Bin jetzt aber gleich eh tot beim nächsten Mal. LOL! Ich lauf genau in die Richtung, wo Michael hinfällt. Gut, weil ich vorher hingefallen bin. Wie der Quotentote. Der Quotentote? Sie lässt mich liegen. Ist weggelaufen. Ja, es hat jetzt der Bait. Ja. Ja. Ja, ich werd den Köder mal schlucken. Wehe sie nicht. Ich guck grad überall währenddessen, aber... Kommt wieder, Herrschaft. Oh! Fuck! Entschuldigung. Erstmal Fleischhunde verpasst. Dankeschön. Ich bin ja nicht schon halb tot. Und Schmerzen der Liebe. Ich heil mich weiter. Scheiße, ich snitch jetzt hinter mir. Oh! Alles gut. Ja, ich bin extra zurückgelaufen, damit... Ähm... Nicht Krieg und nicht euch. Ja, fertig. Okay. Ich opfere lieber mich als euch. Ich ran zu Michael. Das ist fast eine Runde zum Vergessen. Ganz schön. Eine sehr epische Runde, ja. Kommt jetzt eh sofort nachher. Oh, du bist tot. RIP. Ja, wipps. Ah, ja. MacRip wär jetzt auch schl- äh, auch nicht schlecht. Hm. MacRip. Wenn du stirbst, kriegst du tausend, äh, Blutpunkte. Ah, ich war besessen. Ja, ich war auch besessen, deswegen. Nun denn. Ich hab mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich sagen. Ja, keiner von uns wirklich. Ich noch weniger als du wahrscheinlich. Na, du lebst noch. Ja, gut, das ist korrekt. Gerade so. Lol. Die steht immer... Ja, die teleportiert sich. Ja, das merke ich gerade. Also, die teleportiert sich nicht, sondern die geht in so eine Art Facebook rein. Äh, da sieht die niemanden. Aber die ist halt ultra schnell. Ja, ultra schnell ist gar kein Begriff. Ja doch. Würde man jetzt sagen, die ist noch schneller als ultra schnell. Ja, okay. Los, flieh! Jetzt da! Runter, runter, runter! Lol. Ja, du hast auch gesehen, oder? Was ist das so? Oh, du arme Sau, wie oft ist mir das schon passiert, ey. Äh, super. Na. Ripp, Michael. Na, sag ich wieder liegen. Wow. Wir nennen ihn jetzt Beta, ey. Ist okay. Er war einer der 13 Jünger von Jesu. Die Beta, ey. Geh ich mir ins Gras rein und heil mich. Juhu. War ich aber krass für noch keinen Demogorgon. Ja. Alle Leute, die das DLC Pack nicht gekauft haben, dürfen auch nicht da mitspielen. Schließe ganz laut nur, ähm, Steve und Nancy und Demogorgon auf der, auf der Map rumlaufen. Kein anderer darf mitspielen. Oh, Schließe. Ja, ist so, ist so. Dankeschön. Dankeschön. Das sollte mal nen Generator versuchen. Lass dir mal hinterher. Also, ich geh zum Haken. Dieser Schrei ist genüsslich in meinen Ohren, ne? Oh, bei euch. Michael. Schon wieder? Ja. Wenn du das hörst, dann weißt du, äh, Kacke ist am Dampfen. Wenn ich, wenn ich was höre? Die ist... Dann ist die grad in ihrem Facewalk. Dann rennt die grad an dir vorbei. Die kann... Also, immer wenn du ausatmest. Hä? Wow. Hörst du mich so laut? Manchmal schon. Es tut mir leid. Ist schon okay. Es tut mir so leid. Es ist vorbei. Bye, bye. Nein, du... Wo bist du denn hängen geblieben? Neunziger, Mann. Oh, Generator ist schon fertig. Was war das? Ich mag den Ninja Gespenst, aber nicht zu einer Glocke. Oh, Michael, du läufst wie so ein verwirrtes Rehkitz, ne? Mach ich gerne. Und gegen die Wand. Äh. Da ist schon wieder. Was ist das? Da ist Generator. Weiß ich nicht. Mikrowelle. Das kommt doch von dir. Das ist eine Mikrowelle. Na klar. Das ist irgendeine Perkfähigkeit, die ich grad nicht kenne. Okay. Hallo, ich riste Perks aus, an denen ich keine Ahnung was sie... äh, keine Ahnung habe. Ich hab das Wort habe vergessen. Was sie machen. Das klingt nach mir, ja. Ich hab mich ja den Generator krallen lassen. Lollollolloll. Das war kurz vor dem... Boah. Ich hab das gesehen. Du hast das gesehen? Es war kurz vor dem Weißen. Ja, ich hab das gesehen. Wichtary. Was ist bei dir. Egal. Das war ein Generator. Hilfe! Einfach sagen, nein danke und weitermachen. Heute nicht, danke. Oh, das ist immer ge... Jetzt lass mich eigentlich sterben. Töte mich. Wärtsi. Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Hätt genug gespielt mit dir. So, jetzt endgültig Ripp, Michael. Ja. Guck mal, dass Jessica so reißt. Guck mal, dass Jessica so reißt. Warum hast du dieses wunderschöne Bild gesteckt? Ja, du hast es doch gerade beantwortet. Was wunderschön ist. Das ist wunderschön. Nein, nein, das ist nicht. Das ist, das ist... Oh, das ist der Autounfall. Komm jetzt beide nicht, nimm die mit. Danke. Bring dir in den Keller und gut ist. Ah, das ist die Luke jetzt. Echt? Ja. Da rechts oder nicht? Da vorne, ja. Ist das nicht die Luke? Das sah nur so aus, okay. Ich tue mir leid. Ja, die sind Metallboxen in die Luke. Das sah so aus, okay. Falsche Hoffnung machen. Das tut mir leid. Luke ist da vorne bei ihr. Ah, okay. Ja. Das ist richtig falsch Hoffnung machen. Ey, lass uns heiraten. Oh, Entschuldigung, falsche Frau. Ups. Sorry. Ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer als Luke. Oh, nee. Ich bin schwanger. Oh, wait. Falscher Kerl. Wow. Das ist hart. Jetzt wird she said. Boah, ich schäme mich gerade so dafür, ne? Oh, oh. No, da ist er ja. Die hat einen Ausgang, hast du auch gemacht. Nein, die hat die Luke geschlossen. Achso, ich glaube, die hatte schon bei Michael. Nee, nee. Ach, ähm, bei der zweiten gerade eben die Luke geschlossen. Das ist aber, ne, unhöflich hier. Ah, das ist sehr unhöflich. Ich finde das Luke schließen übrigens, ähm, nicht cool. Gefällt mir gar nicht. Jetzt rennt die mit mir hier rum, oder was? Ach, die lässt dich raus. Hm, ich glaube es noch nicht. Habe ich, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die will dich einfach nur ein bisschen noch ärgern. Extra Punkte oder so, keine Ahnung. Nee, wird mich aufheben. Mhm. Ist doch was. Ja, sehr schön. Halt nicht gedacht. Ja, war doch für euch ne gute Runde. Achso.